Hallo und herzlich willkommen zurück zur 16. Folge von Captain Toad Treasure Tracker. Wir befinden uns momentan vor dem Münzenfest und unser Münzenrekord liegt bei 203 Münzen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich kenne dich doch. Hast du wieder was Schönes für mich? Das ist ja nett. So, im Hintergrund gibt es diesmal nichts zu sehen. Hm, nehmen wir die rechte oder die linke? Nehmen wir diesmal die rechte. What? Was? Okay. Ja, noch ein paar Münzen eingesammelt. 332, ich glaube wir haben ein paar Münzen mehr eingesammelt als unser Rekord war. So, wo waren wir denn gewesen? Das haben wir abgeschlossen. Verwinkelte Ausklappfade. Ja, so wie die Pfade bzw. die Platten schon gucken, so gut, ich kann auch. Na gut. Okay. Äh. Was? Wie geht denn das hier? Ähm. What? Wow, 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 wow. Okay, die klappen zurück. Das ist ja nett. Jetzt weiß ich auch, warum die so grimmig gucken. Wie ich auch so grimmig gucke. Okay, da haben wir den ersten Diamanten. Da oben ist noch einer. Oh, wo ist der letzte? Hm, bestimmt hier zwischen den Pflanzen. Okay, ich bin mal gespannt. Wohin klappt der sich aus? Wir lassen mal die Münzen da sein. Ach so, der klappt sich alleine schon zurück. Ich habe gedacht, erst wenn ich drüber laufe. Äh, so. Na gut. So, los geht's. Oh Gott, wir haben nur 31 Leben. Wie sollen wir das denn schaffen? Ja, toll. Okay. So. Nehmen wir mal die Münzen hier mit. Und ab geht die Part. Die Part. Die Party, würde ich sagen. Oder die Fahrt. Ich war mir nicht ganz sicher. Den habe ich ja schon. Warum nehme ich den nochmal mit? Ja, natürlich. Nervenkitzel vor dem Wind. So, wo geht der hin? Wo geht der hin? Was? 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 Moment, was? Der geht da hinten rum. Äh. Äh. Was? Oh. Okay. Ich habe mir den Weg jetzt nicht gemerkt. Ich nehme. Pass auf. Ich nehme mal beide mit. Und will erst mal die Leitseite hoch. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Weil wenn das Ding da hier weg ist, komme ich ja nicht mehr weg. Aber ich komme einfach hier runter. Also. Boah. Glück gehabt. So. Da vorne ist noch eine Leiter, wo ich reingehen kann. Nein. Nicht ausklappen. Mist. Ich wollte nicht haben, dass du ausklappst. Okay. Ich komme bis dahin. Den Weg zurückgelaufen komme ich nicht. Bedeutet, ich brauche auch den anderen Weg. Okay. Ich brauche beide Wege. So. Ab geht's. Ich komme hin. Das lohnt sich nicht, hier reinzugehen, oder? Na doch. Ich kann hier raus. Okay. Okay. So. Am besten. Wir haben ja schon alle drei Diamanten. Bedeutet, ich brauche eigentlich nur noch den linken Knopf. Laufen wir den mal hinterher. Jetzt hier hoch. Da ist es nur nicht verlaufen. So. Da liegen hier außerhalb eine Münze rum. Warum liegen hier außerhalb Münzen rum? Seite. Wollte und haben sie hier runterfallen. Ist ja geheimer Pilz. Ne. Hier sind nur Münzen. Und ich laufe ja außerhalb oben. Natürlich. Mhm. Super. Gut, wir haben alle drei Diamanten und den Stern. Level beendet. 45 Münzen gesammelt. Ammono geschafft. Fleischsternchen. Nice. Die Blockfestung in der Wüste. Oh Gott. Die Roten, die einfach folgen. Oh yeah. Jetzt weiß ich, warum wir so viel Level noch haben. Die brauchen wir alle am Ende. Äh. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Ja, ist ja. Ja, ist ja. Oh, ne. Ist ja ganz einfach. Ist ja wie Kindergeburtstag hier. Jetzt komm. Ja, sehr schön. Komm nochmal. 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 Ne. Jetzt komm. Sehr schön. Ja, jetzt. Und. Und. Komm. So. Die haben wir schon mal weggeräumt. Hehehe. Was sind das Loops? Okay. Keine Ahnung, wie ich da oben drankomme. Was bewirkt das? Achso. So komm ich da oben dran. Achso. Äh. Ach. Ach. Arube abfeuern. Ne. Ist erstmal immer, was da steht. Ich hab gedacht, bevor ich mich selber abfeuere. Dann räumen wir doch erstmal hier auf. Ist ja vielleicht gar nicht so schlau hier schon mal aufzuräumen. Vielleicht brauche ich die, wenn ich jetzt vielleicht noch zum Laufen bin. Hm. Okay. Kurz hier warten. Das war knapp. Ich geh jetzt mal kurz... Nein, lauf, 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 lauf. Ich wollte jetzt mal die Dinger mitnehmen. Dauerkasse. So. Okay, komm mal hoch an den Diamanten. Da komm ich nicht ran, ne? Verdammt. Kann man merken, da kriegst du Rübel vom Kopf. Da hinten läuft noch einer rum. Den sieht man, glaube ich, gerade nicht. Jetzt ist er weg. Da hättest du noch Gold. Dann nehmen wir auch noch Dreck mit. Da rum ist noch Gold. Da oben ist noch ein bisschen Mauer. Da oben ist noch ein Diamant am Leuchten. Und da ist noch ein bisschen Mauer. Da muss noch ein Stückchen Mauer. Kann man leider also auch nicht sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich da dran komme. Na komm, ist mir eine Meterarbeit. Das ist wirklich eine ganz... Ich glaube, da komme ich gar nicht ran, oder? Doch, komme ich ran. So. Ähm. Ja. Ich habe mir bestimmt jetzt jeden Weg hier verhauen. Wenn ich irgendwie halbwegs nach oben komme, ich hätte mir bestimmt eine schlaue Treppe bauen müssen. Oder sowas. Ich komme jetzt nirgendwo mehr dran. Und ich kann eigentlich neu starten. Äh. Wann laufen die denn da oben? Aber hier gibt es eine Leiter. Die nehmen wir erst mal. Hier oben gibt es auch noch Mauern. Die die von da unten wegballern können. Shit. Moment. Wie schön, die da hinten noch rufspringen. Na. Kuckuck. Jetzt kommen sie nicht. Kann ich das Ding hier nochmal nutzen? Moment. Da oben sind doch noch die komischen Mauern. So ist auch so eine Millimeterarbeit. Ja, oder auch nicht. Jo. Ab nach oben. So. Wo ist da? Da ist ein Diamant. Ja, natürlich. Ziel suchen, ne? Ah ja. Ah ja, klar. Nee, es ist richtig. Sind die auf meiner Höhe? Okay, den muss ich wohl abwerfen. So. Natürlich habe ich den letzten bekommen bis jetzt. Nein, 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 nein. Boah. Ich kann ganz schlecht einschätzen, ob die auf meiner Höhe sind. Der ist auf meiner Höhe, oder? Ach, da kann ich das eine Leitzeit. Da kann ich hoch. Sag mir das doch. Leit habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, ihr mich auch. Oh, 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 oh. Die haben aber auch einen Spaß, ey. So, der mittlere fehlt noch. Wo ist der mittlere? Ähm. Nintendo nix für ungut, aber... Das Ding ist außerhalb. Wie soll ich denn da reingucken? Ja, 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 ja. Ich komme, ja. Haben sie den Diamanten außerhalb hingesetzt? Seid ihr durch? Ja. Ja, ja, ja. Zielsuchende. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ähm. Stehe ich hier sicher? Ja, bestimmt. Irgendwas. Nein. Ich will nicht dahin. Wie komme ich dahin? Ähm. Ähm. Was? Ich kann halt das Ding noch nicht abwerfen. Ich kann doch von hier aus nicht dahin werfen. Wie komme ich denn da ran? Oh. Ups. Ähm. Nein, ich will ja von vorne. Na, ihr. Kommt mal hier rüber. Uh. Hier. Guckt mal. Na. Nein, nein, nein. Ihr sollt. Nein, ihr müsst halt warten. Nein, ihr müsst warten bis die da. Ja, so. Ja, wartet einfach. Weiter warten. Weiter warten. Richtig. So, weiter warten, weiter warten, warten, warten. Dankeschön. Äh. Nee, ganz ehrlich, wie soll ich da rankommen? Ach, ich habe eine Idee. Na natürlich. Ja, sorry. Ist es schon ein bisschen spät. Ich habe ein paar Aufnahmen hinter mir. Ähm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Tüdu-tü-tü-tü. Hm, wie könnte ich da bloß nur rankommen? Das ist ja unmöglich. Darf not man ja nie dran. Äh. Ja, ich komme da auch nicht dran. Hallo? Was ist denn das? Kann ich das doch rüberwerfen? Nein. Ich mache einfach nicht, Mauerwege. So. Hä? Ja, oder so komme ich ran. Es ist unmöglich, da ran zu kommen. Was haben Sie denn dabei gedacht? Ja, ich weiß. Ich habe es aber auch gerade nicht gesehen. So, da ist noch die Mauer. So. So, da war ich Millimeterarbeit jetzt zielen. Das ist gar nicht so einfach. Okay, ich glaube, den Rest hole ich gleich da drüben. So. Ich muss noch mal die Dauerkasse hier mitnehmen. Und go. Kuppel, 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 kuppel. Sehr schön. So. Dann wird hier aufgeräumt. Okay. Oben. Da hinten ist auch eine Mauer. Da hinten ist ja Gold hier auch noch. So. Da hinten auch noch Gold. Da hinten. Kann man die sehen? Da hinten laufen die Pilze noch rum. Egal, ich komme jetzt an der Gold nicht ran mehr da oben. Das lasse ich jetzt mal. So. So wichtig ist das Gold jetzt auch nicht. Kurz warten. Und weiter. Ich könnte es theoretisch auch so mitnehmen, aber... Brauch... Nein. Na toll. Das hat sich voll lohnt. Die Raketen. Die Raketen. Yeah. 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 Ähm. Kuppel, 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 kuppel. Nein, nein, nein. Kuppel, 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 kuppel. Schneller. Ich muss durch. War kein Problem gewesen, oder? Also, ich habe jetzt nichts gesehen. Level beendet. Nicht mehr als 10 Rübenschüsse. Minimal. Vielleicht waren es 11 oder so. Oder 10,5. Oder drölf. Das Geheimnis des Goldreiches. Das klingt super. 110, 143. Ist doch gekauft. Oh nein, nicht er schon wieder. Hm. Komm, nehmen wir den noch mit in der Folge. Ich habe die anderen Folgen schon alle mit über Länge. Ich muss ja noch alle rendern und alles. Oh Gott. Ich mache jetzt den nicht mehr in der Folge. Dann habe ich mir da ausgedacht. Nein, nicht er schon wieder. Ragnor aus dem Gold. Ja, klar. Wie soll ich mich denn da drüben verstecken? Okay, ich kann das Ding nach oben fahren, dann. Kann ich da rein? Nö. Wo soll ich mich da verstecken? In dein Ernst, wo soll ich mich da verstecken? Kann ich da nach oben fahren? Dick. Wie komme ich denn dahinter hin? Nein. Nein, 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 nein. Ich habe nicht gefragt. Na toll. Wo sind hier die Diamanten? Da oben ist ein Diamant. Alter. Ich fahre den schon mal runter. Ich muss mal gucken, beim hoch und runter fahren, ob da irgendwo. Da ist eine Tür. Den, wo ich nach oben fahren, da muss ich den nehmen. Da oben ist noch so ein Klappding. Da ist noch eine Tür. Ich glaube, ich muss durch die Türe. Ich muss in die Tür rein. Runter. Nein, nicht ranzoomen. Da oben. Und wieder runter. Und wieder nach oben. Und den runter. Und den nach oben. Und den runter. Und hier rein. Und ausklappen. Ach, hier rein. Warte, warte. Wo bin ich? Okay. Ähm. Ja, aber sonst läuft es knusprig, oder? Oh, toll. Da ist noch ein Diamant. Wie komme ich denn da ran? Da ist wieder eine Treppe zum Ausklappen. Die ist halt so schlau. Ne, Moment. Ich muss ja da reingehen. Dann kann ich den zurückfahren. Den zurückfahren. Dann da unten runter. What? Okay, da rein. Dann komme ich da raus. Dann fahre ich den rüber. Fahre ich den rüber. Fahre ich hier runter. So. Ich hätte nie gedacht, dass es so komplex wird. Wie komme ich denn jetzt da unten hin? Aber wenn ich hier reingehe, komme ich da unten raus. So. Mach hin. Klapp aus. Warte. Nein, nicht zurückgehen. Okay, jetzt geht der jetzt zurück. Wow, das war knapp. Das war kacke knapp. Sorry. Oh. Okay, die Suppe steigt. Was hat der eingesammelt? Okay, ein Pilz. Okay, pass auf. Ich komme da. Ich gehe hier rein. Ich kann jetzt mal kurz warten. Der geht dahin. Der geht dahin. Der geht dahin. Der geht dahin. Wenn ich da rausgehe. Hä? Okay, dann muss ich den rüberfahren. Dann muss ich den rüberfahren. Dann muss ich den rüberfahren. Okay, der bringt mir noch gar nichts. Kann ich da... Ich weiß nicht, ob ich da quer rüberlaufen kann. Okay, passt auf. Ich muss... ...da rein. Dann komme ich da oben raus. Dann muss ich den rüberfahren. Dann nehme ich den auf. Ich falle da hinten am besten wieder runter. Da ist auch eine Tür. Ach so. Oh Gott. Okay, go. Rein, 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 rein. So, rüber. Runter. Da rein. Komme ich da... Wow. Okay, das andere Höhe. Nein, 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 nein. Geh wieder rein, geh wieder rein. Okay. Wo ist der? Da haut. Da haut von oben. Die Kamera hat aber nicht mit. So, wir haben alle drei Diamanten gefunden. So, jetzt kommt es drauf an. Okay, go. Wohin, wohin, wohin? Kurz warten. Ah, der klappt sich schon wieder ein. Wart, wart. Dort, lauf. Dort, lauf. Dort, lauf. Die Kamera dreht sich nicht mit. Wo muss ich hin? Hier oben hoch. Ich mochte, war Gott. Da ist so viel für den alten Mann. Der Arme. Ich kriege dir mal hier nur ein Ding auf den Kopf. Hat man den nicht letztes Mal mit Taudet übernommen gehabt? Der sieht aber voll cool aus. Und wie wieder fällt denn der Stern auf die Nase? Der Arme. Der will eine Beule. Oh. Komm, ich hebe dir das Augenlid an. Ja, ist egal. Wir haben einen Drachen besiegt. Der hat jetzt eine Beule und so. Aber Taud freut sich. So ist richtig. Level beendet. Tippsteine nur zehnmal berührt. Ja, ja. Du auch. Ja, ja. Hm. Tududu. Tududu, tududu, tududu. Taudets große Herausforderung. Da können wir nichts machen. Jetzt geht es wohl mit Taudets weiter. Und zwar bei Shy Guys in den Schatten. Aber was uns dort noch alles in den Schatten erwartet und wie es generell weitergeht, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Captain Toad Treasure Tracker. Bis zum nächsten Mal.